Und durch dieses neue Thema, das schon jetzt große Wellen auch in den Normungsbereichen schlägt, bin ich schon deutlich aktiver geworden. Und für mich ist es einfach wichtig, das jetzt auch auf dem Internet zu leben, dazugeben. Und dieses Young Profession Programm ist für mich die Chance, wirklich über den Tellerrand der deutschen Normung hinweg zu sehen. Klar G ist aktiv in nationalen und europäischen Normen- und Gremienarbeiten tätig. Und mich interessiert einfach mal der erste Einblick in internationale Gremienarbeit und auch die Normung, die wir tagtäglich anwenden. Na ja, also gerade Normung und Standardisierung betrifft uns dann als junges Unternehmen in irgendeiner Form. Und uns sind da schon einige Dinge aufgefallen, wo wir sagen, na ja, das kann man deutlich besser machen. Also insbesondere, weil wir uns mit dem Auslegungsprozess leistungselektronischer Systeme beschäftigen. Und da greifen Normen direkt drauf zu. Oder das basiert auf Normung und Standardisierung. Und da sind viele Dinge, die wir erleichtern möchten. Und da sind viele Dinge, die wir erleichtern möchten.